Wo bin ich? Hallo? Hallo? Wo bin ich hier? Mach das Licht an, mach das Licht an, du blöde Kuh! Willkommen zurück zu Let's Play. Glocket Tower. In der letzten Folge, meine lieben Damen und Herren, haben wir... ...durch ein, ich möchte mal sagen, Insektenspray... ...einen Schlüssel bekommen. Und diesen Schlüssel können wir jetzt einsetzen, um das Auto zu benutzen oder zum Fahren zu bringen. Ich hoffe, es funktioniert. Moment, Jennifer, Moment. Ich weiß, dass es nicht funktioniert, wenn du sofort in das Auto einsteigst. Wo ist der Goldschlüssel? Ich dachte, du hast in der letzten Folge den Goldschlüssel mitgenommen. Oder hast du den automatisch? Ich bin mal gespannt, ob sie den Schlüssel jetzt hier einsetzen können. Ob das überhaupt ein Schlüssel dafür ist. Und? Okay. Oh Gott! Wir haben einen Schlüssel und tausende Türen, die verschlossen sind. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo dieser Schlüssel eingesetzt werden muss. Außerdem frage ich mich, ob ich den Schlüssel jetzt überhaupt eingesetzt habe, weswegen ich mal ganz kurz nochmal hier reingehe und diesen hässlichen Schrank öffne. Natürlich mache ich das Licht nicht an, damit es spannender wird. Jennifer, mach diese beschissene Schranktür auf diesen... Keine Ahnung, was es darstellen soll. Okay, ich kann damit gar nicht mehr interagieren, merke ich gerade. Dann ist das wohl ein Schlüssel, den ich jetzt einfach habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich irgendwo eine Tür öffnen kann. Und unbeschadet weiterkomme, ohne diesen Scheren-Idioten treffen zu müssen. Hier ist direkt meine Tür. Verriegelt. Okay, hier kommen wir vorerst nicht weiter. Dann hoffen wir mal hier nach rechts. Oh, da haben wir doch eine Tür. Was war denn da nochmal? Okay, ich kann mal nachschauen. Da war bestimmt irgendein Scheiß. Ach, ich weiß, was da drin war. Das war das Lager mit dem... Doch nicht. Kann ich den Schlüssel vielleicht hier einsetzen? Also hier war doch dieser Pool. Hier ist Anne gestorben. Hier ist in der letzten Folge, war es glaube ich, hier ist in der letzten Folge Anne gestorben. Und? Die Tür scheint zu klingen. Auf der rechten Seite haben wir noch eine Tür. Und? Jennifer? Okay, verriegelt. Gut. Dann kommen wir hier vorerst nicht weiter. Gehen wir raus. Und jetzt geht es hier nach oben. Jennifer los. Oder soll ich nach rechts weiter? Ich probiere es da oben. Goldschlüssel. Gab es eine goldene Tür? Nicht wirklich, oder? Wo zum Teufel kann ich diesen Goldschlüssel einsetzen? Also das Auto kann ich damit nicht bedienen. Jetzt schauen wir uns mal da auf der linken Seite zuerst um. Jennifer nach links. Jennifer nach links. Schon wieder. Hier, warum klingelt hier immer das Telefon? Und wo zum Teufel ist hier ein Telefon? Jennifer geht da rein. Und? Verriegelt. Jennifer geht da rein. Goldschlüssel benutzt. Scheiße. Wo bin ich? Hallo? Hallo? Wo bin ich hier? Mach das Licht an. Mach das Licht an, du blöde Kuh. Lass die Statue. Lass die Rüstung, meine ich. Mach das Licht an. Und da ist das Telefon. Du blöde Kuh sollst das Licht anmachen. Ja. Damit hätten wir schon mal die halbe Miete. Das Telefon. Das Telefon. Los, gehen wir ans Telefon. Vielleicht kann uns irgendjemand helfen. Wir können die Polizei rufen oder wir können sonst was tun. Geh ans Telefon. Los. Die Telefonleitung ist durchtrennt. Das kann nicht sein. Da klingelt es doch, du blöde Kuh. Scheiße. Was klingelt dann, hä? Was klingelt dann? Was zum Teufel klingelt dann? Hier. Sieht erst kürzlich genutzt aus. Etwas von dem Trink ist noch da. Dann trink davon, du blöde Kuh. Da ist ein silberner Schlüssel drunter. Toll. Wo ist die Silbertür dafür? Nochmal zur Rüstung. Und danach zum Schrank. Nichts passiert. Was mit dem Schrank? Jennifer zum Schrank. Sieht aus wie ein Büro. Hier sind ein paar Frauen. Was stand da? Dies hier ist anders. Schwarzer Umhang eingesteckt. Wofür? Wofür zum Teufel brauche ich einen schwarzen Umhang? Die sogar aussehen kann. Das Telefon kann mich am Arsch lecken. Die blöde Kuh ist K.O. Lauf. Wir gehen jetzt raus und suchen eine Tür. Um den Silberschlüssel einzusetzen. Was war hier? Ich glaube, das war nochmal ein extra Gang. Und den Silberschlüssel kann ich nicht auswählen. Das heißt, es muss wieder eine Tür sein. Was war hier nochmal drin? Oder war das zu? Oder was war hier? Nein, hier habe ich mein Insektenzeugs bekommen. Weitere Interaktion ist hier wahrscheinlich nicht möglich. Okay, Jennifer raus hier. Nicht das beschissene Licht machen. Geht, ist eh kaputt. Links haben wir den Vogel. Aber kann der irgendwas machen? Warum ist da ein Vogel? Und schon wieder dieser Stock. Stock. Stock kann ich nicht mehr anwählen. Sieht aus wie ein Vogelnest. Nee, echt. Was hat das? Was hat das für einen Nutzen? Ich kann hier bestimmt irgendwas machen. Was, wenn ich mit dem Umhang mich irgendwie verstecke? Hat das dann irgendeinen Sinn? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich suche erstmal die Tür für den Silberschlüssel. Aber wo fange ich da am besten an? So, da muss ich nicht mehr rein. Das war das Büro. Auf das Telefon kann ich scheißen. Ist durchtrennt, funktioniert aber trotzdem. Die Tür ist scheinbar verriegelt. Ich habe leider das Gefühl, dass sich die Tür im rechten Flügel des Hauses befindet. Ja, komm. Scheiß, auf das Telefon. Leute, Leute, Leute. Das kann doch ein Let's Play werden. Aber es ist im Moment relativ ruhig, muss ich sagen. War die Tür verschlossen oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich möchte mich trotzdem erstmal im rechten Flügel umsehen. So, Jennifer Renn. Jennifer Renn. Ein Tisch? Naja, egal. Oh, nee. Hier habe ich doch irgendwo diesen Scheren-Boy getroffen. Ja, geh da rein. Jennifer, rein. Okay, okay. Da gehe ich nie wieder rein. Was machst du? Geh einfach raus. Ja, natürlich ist der kaputt, weil hier der Scheren-Mann unterwegs ist. Du blöde Kuh. Geh einfach nach draußen. Wer weiß, die haben wir den Sensen-Mann getroffen. Also, also den Scheren-Mann. Der wird dich umbringen. Also, geh da nicht mehr hin. Geh jetzt da rein. Jennifer, geh da rein. Und nick nicht immer. Ach, da ist der blöde Papagei. Ja, den Papagei lasse ich ja erstmal da rumfliegen. Was ist hier drin? Das war, glaube ich, die andere Seite vom Büro. Genau, weil es sehr miteinander so verbunden ist. Warum der Fernseher an ist? Keine Ahnung. Den habe ich ja eingeschaltet. Das weiß ich noch. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Geh da rein, Jennifer. Was ist hier? Kann ich hier immer noch nicht? Hier ist was. Ich wusste, dass ich da irgendwie hochkomme. Okay. Was macht Jennifer da? Ein Stapel Müll, Holz und nochmal Stein in die Tasche gepackt. Ein tiefer Riss in der Wand. Moment mal, wenn es ein tiefer Riss ist, dann kann ich doch mit dem Stein irgendwie das kaputt machen, oder? Ja, cool. Und sie kann da durch. Oh Gott. Oh Gott. Sieht nach einem Hinterhof aus. Wo zum Teufel bin ich? Wir haben noch den Silber und den Schlüssel. Mal gucken, kann ich hier irgendwo interagieren? Es ist nicht der Pool. Hier ist doch Anne gestorben. Bäume, Bäume, eine Hütte. Aber irgendwie ist hier nichts. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Ah. Das ist die Tür. Ja gut, aber... Ich möchte mich trocken. Da ist der. Ich kann da rein. Geh da rein, Jennifer. Jennifer, geh da rein. Los. Da ist beleuchtet. Da muss jemand drin sein. Oder vielleicht auch nicht. Da ist ein Käfig. Ist da ein Tiger oder sowas drin? Wer? Da ist irgendjemand. Wer ist denn da? Wer bist du? Wer zum Teufel ist dieser... Was ist das? Ist das ein Mensch? Oh. Äh. Wer bist du? Essen? Essen? Ich hab Schinken dabei. Also wenn du Schinken irgendwie dem Jungen geben willst, dann gibt es den. Wer bist du... Simon... Simon Barrows? Dieser Mann ist... Barrows? Hat der jetzt mal ein Schinken gegessen oder nicht? Doch, hat er. Willst du einen Mantel? Du bist ganz nackt. Er schaut nicht länger nach Jennifer. Ach so, das Blaue ist der Sprecher Text. Hey, sollen wir dem die Tür aufmachen? Ich hab einen Silberschlüssel, aber ist das für den Käfig? Wahrscheinlich nicht. Naja, egal. Ähm... Oh, warte mal. Du hast da irgendwas in deinem Käfig. Kann ich das mitnehmen? Nee. Nee, hier mehr gibt's hier nicht. Da ist ein Stock. Kann ich aber auch noch nicht mitnehmen. Gut, dann laufen wir nach rechts. Zurück. Irgendwo müssen wir diesen Silberschlüssel hier einsetzen können. Und ob das Simon Barrows war? Man weiß es nicht. Hier ist Anne ertrunken. Wow, der Baum hat mir gerade Angst gemacht. Wollte schon fast schreien. Aber wenigstens haben wir eine lebende Person getroffen. Eine Person, die noch lebt, nur etwas hungrig war und uns Schinken geklaut hat. Beziehungsweise waren wir ja so freundlich und haben ihm Schinken gegeben. So, hier gibt's hundertprozentig die... Ich glaub, es ist oben die Tür. Weil wenn die mit dem Goldschlüssel auch oben war... Andererseits, es gibt rechts noch eine Tür. Vielleicht komm ich da weiter. Und? Verschlossen. Hm. Dann sollte ich doch da hoch. Komischer Penner. Also ich... Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich schau gerade in die Luft. Ich schau nicht auf den Screen, weil sowieso die Treppen hochläuft. Und ich frag mich, wer zum Teufel war dieser Typ da im Käfig? Kann der sprechen? Ist das vielleicht der Junge gewesen? Mit der Schere? Wohl kaum, oder? So, jetzt läufst du nach rechts, Jennifer. Und suchst nach einer Tür. Ah nicht, hier geht's ja gar nicht weiter. Okay, das ist doof. Dann hab ich mich leider... Ein bisschen verrechnet. In dem Sinne. Und hier. Ja, du kannst ja natürlich nicht springen, ne? Schade. Okay, mit dem Kleid... Vor allem mit dem Kleid, der ein relativ langes Kleid, ist ein Sprung auch mehr als gewagt. Also gut, gehen wir runter. Und ich glaube, ich muss dann auch so langsam einen Cut machen. Und diesen mache ich, sobald Jennifer unten ist. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich fürs Zuschauen bedanken und freue mich, euch auch im nächsten Part begrüßen zu können. Vielen Dank fürs Zusehen und... Bis dann. Hütte... Oh Gott! Mary! M-M-Miss Mary. Schön, dass es dir gut geht.